Was geht ab? Das ist ein Stream Sniper. Wo ist das? Kannst du auch reden, Bro? Ja, nein. Wer ist das? Yo. Yo. Das geht. Das geht, Bro. Ich will dich nicht abfucken. Ich habe nur gerade zufällig Sinn, dass wir in der Lobby sind. Ich kann aber einfach raus gewesen oder so. Ja. Ich bin gerade auf Ski. Also ich versuche gerade links zu spielen. Das heißt, ich müsste mich schon konzentrieren. Aber vor allem hier ist noch ein Bounty. Wenn du willst, können wir den noch killen. Weil du kannst mir helfen. Und dann kannst du gerne rausgehen, wenn du willst. Yo. Der ist irgendwo hier hinten. Du kannst auch einfach hinrennen und den töten, wenn du willst. Und wenn du stirbst, dann töte ich den. Der ist irgendwo jetzt hier vorne links. Ich habe nicht gewusst, dass du gerade kisst. Du kannst mir einfach ein Finisher geben. So, ne. Alles gut. Dann lass versuchen, den noch zu killen. Das ist ja egal. Ich brauche ja kein Kitsch. Ich brauche hier nur einen Win. Der ist jetzt hier irgendwo vor uns. Da oben kämmt der, hm? Ich seh den. Hab den? Nice. Wo bist du? Hopp. Hopp. Ich bin hier unten. Achso. Also wie gesagt, wenn es dir nichts ausmacht, kannst du einfach die Runde lieben. Weil ich muss auf Win gehen. Ich habe gerade... Ich muss noch zweimal gewinnen. Dann versuche ich einen Nuke. Ich drop alles. Du kannst mir Finisher geben. Okay, brauche ich korrekt von dir. Erre deine Streams, Bro. Ich bin echt lang. Subscriber bei dir. Danke, Bro. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Kuss zurück, Bro. Die schönes Wochenende. Boah, habe ich in die Nase gebrochen. Der arme Digga. Was ein Fall in die Chat. Liebe in den Chat. Und this guy. Der hat doch einfach eine Tuck gefunden. Gut, hier schnell die weiße Kiste. Oder Silber. Weiß oder Silber ist die Chat? Silber, ne? Weiß. Keine Ahnung. Für mich ist es nicht weiß. War gar nicht so viel Geld aus der Kiste. Da habe ich nicht alles geholt. Oh, warte mal. Da hinten ist ein Stronghold. Den könnte ich eigentlich machen, ja. Der sitzt da wirklich in diesem Turm da hinten. Ich glaube das alles nicht. Warte mal, warte mal. Hier sind Gegner, oder? Hier muss ein Gegner sein, weil... Da lag ein Bot-Zot. Was gucken wir uns erstmal an, Chat? Was gucken wir uns erstmal an? Bombendrohne eingesetzt. Bombendrohne ist schon. Bombendrohne ist schon. Ah fuck, ich sehe den Unterschied gar nicht, ne? Wir haben die Bombendrohne keine bestätigten Anschlüsse. Ist das hier alles rotz gerade? Ich kann das gar nicht glauben. In der Festung wurde ein Sprengsack platziert. Entschafft ihn. Er hat so... You already know it, bro. So dumm, dass er mit dem Kopf auch einfach überall hinlaufen kann. Hier ist echt keiner in der Nähe. Ich höre, man hat echt Paranoia wegen dem Pots. Ich werde schon verrückt. So Chat, ich shop jetzt erstmal die Muni-Kiste. Wo ist denn das nächste Auto? Digga, es gibt einfach keine Autos mehr, oder was? Schade da. Wo ist die Black-Seite, zu der ich muss? Das ist schon wieder die hier, Digga. So Chat, was machen wir jetzt? Wir haben halt unendlich Cash. Hier ist aber kein Job. Das heißt, wir gehen erstmal. Quatt? Ja. Die ist einfach so eine random Kasse. Ich gehe zu dem Quatt da. Und ich habe immer noch kein Self. Hier vielleicht Self? Ich habe gesehen, hier ist ein Self drin. Alarmiert besorgen. Oh yes, baby. Good call. Toll, da geht es rein. Das Ding ist, ich will eigentlich, will ich doch nur da unten rein in die Black-Seite. Das ist das Problem. Aber die Black-Seite ist ja wirklich wieder am Arsch der Welt. Kannst ja auch keinem wieder erzählen. Ich verlege gerade so, glaubt ihr, ich gehe noch in die Black-Seite rein? Soll ich das riskieren? Ne, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das brauche ich nicht mehr. Da liegt noch mein Kollege Schnürschuh. Bester Mann. Oder warum kann man sich auch nicht einfach zwei, drei Thronen kaufen, Digga? Ich würde überlegen, benutze ich einen, um zu gucken, ob hier safe ist? Oder riskiere ich einfach, schnell zu kaufen? Josephus kann man mehrere kaufen. Echt? Wie viele kann man denn dann da kaufen? How much can I buy? Das Gas meitet sich aus. Nicht heißzone verlegt. Alter, geht das schnell in Solo. Guck wo der Typ mit dem Heli hingeflogen ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf diesen Berg. Wir müssen auf diesen Berg. Wir müssen auf diesen fucking... ...Mountain. Das ist da, wo wir jetzt gehen. Ich hab, ich hab, ich hab die Spritze, oder? Ja, ich hab self sozusagen. Ich hab sozusagen self erstmal. Ich hab alarmiert jetzt auch. Wichtig. Ja, ich brauch halt eigentlich noch einmal einen Shop, ne? Hier gibt's einfach keinen mehr. Oder ich geh zu dem da hinten, aber der ist ja mal maximal Ekelhaft. Egal, we risk it. Oh mein Gott. Nein. Oder was? Was ist das für ein Pesch? Guckt euch das an. Oder was? Was macht ihr hier alle? Chillt doch mal. Hier sind hunderttausend Leute. War hier oben was? Nee. Hier oben war keiner. Aber hier oben hab ich keinen gesehen. Will ich's riskieren, dann nochmal schnell runter zu gehen? Ja. Voll. Der ist erledigt. Eigentlich will ich mir noch eine Bombendrohne holen, Chat. Glaubt ihr die Bombendrohne bug? Nee, komm. Gar nicht dran denken, dann bugt ihr auch nicht. Alles gut. So wie der hieß. Hast du eine Drohne für mich, Bro? No. We are in. Jetzt sind wir locked in Chat. Keine Drohne. Komplett Ass Auf unserer Position Also wirklich Komplett Ass Bei der Bomben Drohne hat man nicht so oft diesen Bug Bei der Aufwärmung Drohne hat man den richtig oft Dass man sich nicht mehr bewegen kann Hier halt No Audio, man ist auch tot Das Haus hier ist nämlich einfach Selbes Stockwerk wie Der normale Boden Nein, ich wollte es gar nicht Hier sind einfach Warte mal, hier sind einfach zwei in einem Haus Den könnte ich killen Mach ich auch Okay, alles gut Da sind einfach zwei übereinander Hinter mir kann keiner sein Das ist schon mal gut Ich weiß nicht mal, wie es da links von mir überhaupt aussieht Zielgebiet markiert Der Schuss freigegeben Keine Treffer Noch mal Zielgebiet markiert Der Schuss freigegeben Verstanden Lombau 31 ist bereit Angriff am Boden Einschlag Keine Treffer Das Gas freigegeben Das Gas freiget sich aus Das Gas wird hier Das Gas wird hier Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020